und sind wir schon das wohl wegen dieser alt das war eine dritte spiel die ist ja richtig geil das hatte ich auch gerade gerade eben der vor zehn sekunden dann bin ich gestochen dann bin ich drauf bist du direkt am landen aufgegangen ja ich habe den fallschirm zu früh gekappt wir haben glaube ich alle gerade armbrüste nach der hat mich auch gerade in den armbrüsten ach so du hast den fallschirm zu spät gekappt so weil ich habe nämlich gleich einen nach dem landen zu früh zu spät gekappt er zu früh zu früh abgeschnitten wenn zu früh was zu spät geöffnet nee der war geöffnet und dann habe ich ihn zu früh gekappt also den designer eingezogen und bin abgestürzt kannst du dann aber wieder öffnen dann bist du das ja ja das wiss ich aber ich dachte das reicht aber ist ja auch nur die aufwärmrunde ok wo kommen wir ein ok von oben dann würde ich sagen fing ich mal hier an sehr weit westlich sehr weit westlich das auf jeden fall gleich eine auto für den fall das wird ist noch ein bisschen von vom flugzeug tv station die tv station ach nee da links der blaue da wo die fahne so markiert ist der blaue ja genau ich habe halt genau das symbol da angepinkt ach guck mal wenn er lb drückt jetzt und einen rechten stick bewegst kannst du dich umsehen das ist ja praktisch steht ja auch da steht gut da unten landen schon zwei rote zwei gegner direkt gegenüber von unserem lande punkt ich weiß nicht ob ich da noch landen will aber warte mal krieg mal wo die landen ist es nur was du bist dann ja die sind schon gelandet die rennen grad über dem fluss darüber glaube ich über den zugefrorenen scheiße es hat immer so eine sache war hier ab schon waffen habe ich schon hier nicht weit weg wird schon geschossen 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 schloss und stelle ich habe mir auch mal die waffe genommen war um es gleich noch eine zweite kiste hau die hau die hau die ja ist ja richtig willkommen back to sind wir am kreis ja ja im kreis sind wir auf jeden fall du bist jetzt auf dem dach doof ja ich wollte noch mal kriegen sicher ist hier unter uns eine feuerwehrstation lass mich raten denn es ist ein feuerwehrauto war so in der art aber ne ist so ein truck sieht man uns ja gleich wieder auf der karte das ist natürlich immer der krassende nachteil schon oh schon zweieinhalb tausend naja da kann ich noch nicht mithalten ich habe nur eins 1300 ja ist die frage ja warte mal wo könnte man wo könnte man denn theoretisch hinfahren der anon ist der ist schon ein bisschen aggressiv der geht schon auf die leute da hinten los der trofer wollen wir ihn einfach mal unterstützen oder was sagst du ne ich glaube das ist dumm er ist alleine gegen zwei aktuell ich sehe die aber nicht deswegen und ich habe keine fernkampfwaffe ich habe nur wenn wir ich weiß nicht sind sie zwei oder drei Leute irgendwo die sind oben auf dem dach die müssen irgendwo oben auf dem dach sein da wo unser sicherungspunkt ist sogar glaube ich könnte sein na wir können es natürlich mal von hinten versuchen anzuschleichen hier jetzt sind die konzentrieren sich ja auf denen gerade und wir merken ja auch sobald unser tot ist genau da hinten ist einer und da läuft noch einer scheiße jetzt bin ich natürlich auf offenen feld hier ich muss erst mal deckung holen äh suchen na muss ich hoch ich bin tot ich bin natürlich wie immer tot ich bin tot kulak ich bin eine gute idee die idee naja egal naja gut naja gut naja ich hab mir die rechnet um ehrlich zu sein das war ja doofi naja dann hier jetzt mal kulak bist du das hier vor mir bist du schon unten ich bin oben wo bist denn du wo bist denn du auf der anderen seite bin ich allein jetzt komme ich rein ich bin drin mit Pistole das hasse ich ja wieder naja tot scheiße ach scheiße du warst vor mir dran ach so ich dachte du bist nach mir dran aber der Anon der ist noch da ich probier es ich kann es dir nicht versprechen ich kann dir nicht zugucken jetzt ja der hat sich den Truck genommen und fährt weg ich bin tot ey ich hasse das mit den Schraubfunken ey ey diese One-Shot-Waffen ich hasse das gut können ja nochmal kurz Anon warten ja vielleicht kann er nochmal was machen der ist natürlich nicht Trophy Young der legt sich mit drei Leuten an der ja na klar das ist wieder typisch für uns die Idee war ja nicht schlecht dann von der anderen seite zu kommen aber die haben uns halt direkt gesehen genau natürlich so wie es immer ist auch rechts von dem glaube ich war eben nachher na guck mal die Station ist ja nicht weit weg 500 Dollar braucht er nur noch haben wir mal Geld ja da ist es doch jawohl muss halt ein Klär haben was macht er macht das bestimmt weil Alena hat er doch hat er doch echt schlechte Chancen definitiv also vom logischen Menschenverstand aus er muss halt machen ja mein Gott der hat er nun bald genug eingesammelt da jetzt weil der Sammelnwütiger aber genau umso mehr Geld er hat ich will auch mal zugucken ja das ist immer die die glaube man nimmt immer instinktiv außer wir natürlich immer die ersten die in der Liste stehen und ich glaube dadurch dass du als erster dem gulag gestorben bist stehst du auch ganz oben in der Liste rechts das kann natürlich sein da unten naja gut dann werde ich mal versuchen mit ihm mitzulaufen so das ist natürlich bei einem Gebiet der ist ja geil das ist ja ein Rotz ne ich hab noch nicht Rotz-Pastrole na das ist ja ein Rotz ey das war richtig geil jetzt ey jetzt soll denn das das ist doch scheiße das ist der Typ der jetzt kommt von uns ne der schießt auf den ne der ist irgendwo unten der andere schießt auf den da ist eine richtige Waffe in der Ecke die nehme ich mir erstmal also gerade auf der Karte angezeigt der Typ ist unter dir irgendwo der hat aber auch naja doch der hat kann sein dass er den getötet hat er hat schon wieder 3300 Dollar ja hier ist Geld nein die schießen ey ich muss ich muss hier weg das ist absolut scheiße hier diese Position hier schon wieder ey oh nein das war der Tod ne der ist schon down ja ich bin so dumm das wird halt nicht angezeigt weißt du wenn der down ist bei mir deswegen dachte ich er lebt noch achso ne ich hab's gesehen ja glücklich glücklicherweise was hab ich denn jetzt für eine scheiße hier aufgenommen das ist kacke das ist viel zu langsam das ist kacke ist ja nicht liegt die Leiche von dem liegt das Loot von dem Typen noch da von unserem Typen das ist gerade runterhüfen weil der hat auf jeden Fall sicherheitlich geht er nicht das stimmt das war ja offen na gut das ist aber mit einem Kreis das sollte jetzt nicht das Problem eigentlich sein na komm ja komm scheiß drauf ich guck mal dass ich da mal hochkomme der war oben ne das war so ein Mittelgang erscheinen die hier nicht auf jeden Fall vielleicht ja doch hier das könnte dann wo haben sie denn den getötet ey na den haben sie da draußen getötet aber wenn die da immer noch sind ist das zu riskant da jetzt rausgehen die fehlen auch nur noch 700 da außen ist auch noch ein Buggy na gut ich glaube hier in dem Haus hier muss da noch Geld sein irgendwo nein ich glaube das hat der andere schon weggenommen das alles tatsächlich man kann es mal gucken aber so weit weg ist jetzt einer von hier irgendwie immer ist mit dem Ding hier drin gefahren auch schon scheiße ich guck mal hier in den Häusern nach da ist Geld hier ist Geld sehr gut wunderbar das reicht auch schon 95 Meter genau ping mir mal ich muss mal die Dinger anlegen und hier in den Häusern nach und hier in den Häusern nach und hier in den Häusern nach wo ist denn der Ping ich sehe den gar nicht mehr da wo der blaue Ping jetzt ist ist der Gegner und hier ist der also okay also du kannst doch links lang laufen hinter den Häusern nach der Dinger auch das Gas breitet sich aus neue Sicherheitszone gefunden denkt dran dass du die Parmas ist ja die hat diese Dreierschuss achso na guter Punkt also wenn du jetzt links lang gehst es wird wahrscheinlich sicherer mal dahinter die fährt einer mit dem Auto der fährt aber die Straße lang der dürfte ne der sieht es nicht ne ne die hauen ab wahrscheinlich sind die dit wahrscheinlich könnte sein da hinten scheiße genau da die Autos kommen jetzt auch großartig gibt es noch einen anderen Shop ach du scheiße wenn der Schritt in der Nähe ist weil dieser Kreis auch total kacke ist der Kreis liegt zur Hälfte genau in dem Gebiet wo du gar nicht hin kannst in der Area da ist noch das Hof ne das also das wäre wirklich das nächste gelegen na gut die scheinen ja im Moment alle verwickelt zu sein in der Schießerei hier vielleicht kann man das ein bisschen ausnutzen die sind halt in dem Haus genau da gegenüber wahrscheinlich warten die nur drauf bis ihn an die Kiste geht das kann sein oh das sind baumstämmig dachte das ist ein jener ich muss aber ran ey muss jetzt da ran den wird es schwer wenn ich hier erstmal dann rechts wenn du die Macht hast in die okay ich bleib hier erstmal drin hocken gucken ob du überhaupt landen kannst Auto ist hier grad lang gefahren gegnerisches auch noch ich hab mal ne Annäherungsmine ausgelegt hier oh meine Fresse ey bist du in der Nähe hier? ich hab Schritte gehört ich bin nicht in der Nähe okay dann ist das jemand anders naja guck erstmal dass du da in Sicherheit bist das versuche ich schon ey naja warten ist jetzt hier am cleversten eigentlich wir sind ja auch ganz gut im Kreis drinne noch das Gas breitet sich aus neue Sicherheitszone gefunden oh hier wird neben mir wird geschossen zwei Leute naja mit denen lege ich mich nicht an zwei Stück ich glaube einer von denen ist gestorben gar nicht weit weg von dir mit Gott sei einfach nur ich sag ja ich mag ja Battle Royale Games zumindest die meisten aber die mögen mich halt tatsächlich überhaupt nicht scheiße was ist da los bei dir soll ich reinkommen? alles gut ich hab ihn sehr gut noch sind wir im Kreis ich hab zwei die ist ausgelöscht Alter ich komm jetzt rein zu dir ja du musst reinkommen weil hier ist jetzt noch einer ich bin 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 tot ja du kommst genau von hinten ich bin tot ich bin tot der ist jetzt genau in meiner Leiche ja dumme Fotze das ist eine halbige dumme Fotze hab ihn super vielleicht gibt da genug Kohle ne aber alles gut da hinten ist guck mal geradezu ist wahrscheinlich hier ist noch Geld rechts von dir müsste auch noch Geld sein sehr gut ich hatte halt ich bin direkt wieder rein in die Gegend aber da waren eigentlich zwei habe ich also was soll ich machen? naja klar deswegen naja irgendwann klar zwei, drei zwei Schaste er hat halt einfach einen Paketenwerfer reingehauen und ich hatte halt auch keine Dings mehr vielleicht findest du ja hier noch irgendwo Kohle naja guck mal ich gehe nochmal hier lang ich denke die werden hier schon alles gelootet haben weil die schon relativ lange in der Hütte hier waren denke ich auch aber vielleicht wird ja dann doch noch was und du musst aber auch dann nicht zum Kreis bewegen ja genau ja genau das stimmt ich muss jetzt los ich will nur nicht dass die mir in den Rücken schießen da unten steht ein Auto das ist mir zu auffällig stehen lassen das ist das jetzt kommt man hier nicht ey dein Ernst hier mit diesen scheiß Zäunen rüber du dumme Nuttenkind meine Güte super die offene Fläche hier großartig warte mal hier doch rechts ist dein Haus wieder da erstmal drin da bist du im Kreis links wird genau gerade zu jetzt zumindest erstmal etwas für den Moment geht schon mal mal ein bisschen da ist eine Scheibe toll warte mal guck mal wo nächste ja das warte hier mit Häusern also du kannst hier kannst du nur hin hier ist noch ein Haus ist immer noch im Kreis drin vielleicht ist da noch Geld drin in 45 Sekunden werdet man eine Möglichkeit da nochmal zu gucken rechts neben dir da wo der blaue Boppel ist Arschloch oh Gott voller Schrock fuck you ja es war so klar rennt mir dann natürlich hinterher okay naja gut aber war okay denke ich auch ja top 10 ist ja immer schon mal ganz gut ja finde ich auch ich denke dass dort 150 Leute da sind oh man ey heute das echt nervvoll fressen muss man schon mal sagen ey gab da aber auch ein scheiß Pech manchmal ey was im umniederen Garten komm du hockst da total lange in der Garage da kommt keiner ich lande auf dem Dach weil ich denke okay ist vielleicht besser als auf dem Boden findet auch eine Kiste wunderbar zwei Leute kommen drei Leute kommen ja aber die hattest du ja und den ja genau ich hatte natürlich ohne Panzerung bist du natürlich am Arsch da ja Dreckspiele naja gut naja gut noch eine Runde ja in der Abschlussrunde noch ja die jene war ganz schön lange die Matches war geführt manchmal ja sie war eine Stunde oder so das war jetzt wie die wievielte Runde das war eine Stunde ja zweite Runde dadurch dass wir so oft eingestiegen sind wieder wieder Einstieg hatten nochmal bis hin gut ich schwung sage ist gu 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 Vielen Dank.